ok hallo willkommen zu einem neuen tcbm und zwar von der lp pokemon war das glaube ich ja und zwar werde ich jetzt einfach mal den brief öffnen okay das ist der tausch nur sie war vorher hat ich habe ihnen mein cobalium vollart geschickt ich hatte ja noch ein anderes und hier haben wir da noch eine schöne signature ein chinshu ach nicht von der lp pokemon von tcbm pokemon so das da ok also jedenfalls eigentlich nur sehr schöne ok und das sind wohl extras weil der zettel da falsch herum drin ist so ok hier 1 2 3 online codes sehr cool danke so ein hythera prime habe ich glaube ich schon aber finde ich nicht mehr so danke ein sehr cooles mark brand holo wollte ich schon immer haben diese karte ein sehr schönes miu aus welches war nicht mehr und ein lumineon aus sturmtief ok also wir haben alles zur seite tun danke für diesen tollen tausch und für diese tollen extras vielen dank und ja das war's ciao